Na, wird schon weniger die Zinsen, äh, relativ gesehen natürlich. Achso, da hätte ich natürlich gerne maximale Leute drin in dem Ding. Ich meine, solange wir am Ende des Szenarios dann, äh, 1200 Besucher im Park haben, ist es mir eigentlich egal, ob wir die Schulden zurückbezahlen oder nicht. Aber wie gesagt, heftig ist es trotzdem. Vor allem, wenn man dann erstmal, wie gesagt, denkt, so wahrscheinlich für den Abfall, oh, müssen wir erstmal hier gucken. Wo ist denn das hier hinten? Gestern war es, wir kommen nicht weiter, ich hab doch aber schon hier. Das muss auch nochmal weg hier, na komm. Oh. Dass sich das Spiel immer so schwer tut. Hier sind auch nochmal irgendwelche großen Flächen. Das mögen die bei RCT. Eins, eigentlich überhaupt nicht. Warum wir das jetzt hier angewandt haben, ist mir ein bisschen unklapp, bei RCT 2. Ist das ein bisschen besser. Hier hinten ist auch noch irgendwie eine Sackgasse, warum auch immer. Da könnte man schnell lassen, einfach die Warteschlange ein Stück länger machen. Hier hinten gab es jetzt Beschwerden wegen der Vermüllung. Das ist aber wirklich extrem. Hier muss man die schnelle Eingreiftruppe ankommen und das einfach einmal nachher wegräumen. Wie viel hat nämlich die erste schon weggeräumt? Das geht sogar. Wir können den Parkostgang nicht finden. Ei, ei, ei. Wir machen jetzt erstmal weiter hier mit unserer Bankenbauung. Hmm. Hm. Achso, hier ist, glaube ich, abgesperrter Weg, denn da komme ich auch gar nicht lang. Warum brauche ich denn dort überhaupt eine Bank hin? Ja. Ja, hier sind sehr viele Leute ratlos. Hier sind auch welche Leute nicht nur bei Memesys dabei. Zu teuer. Okay. Denken, dass noch viele Leute über andere Attraktionen... ...subzeichnend für Skyride, subzeichnend für Corkscrew. Das machen wir jetzt mal nach Warteschlange einfach. So sehen wir es ja dann. U-Bucks. Go-Karts gibt es jetzt. Was war noch? Skyride? Warum sehe ich denn das hier nirgendwo? Hex of the Irgendwas? Vintage-Cars. Toilent-Tours. Ach ja, Corkscrew genau. Ja, was war auf 2 Mark? Lookdancer. Vintage-Cars. Ich hatte es schon. Die Reihenfolge, wie sich die Fenster hier schließen. War auch ein bisschen unlogisch manchmal. Oblivion. Mir entschuldigt, dass hier die Preise so hoch sind. Aber bei den Schulden... ...baue ich das Geld halt. Das ist halt so. Das ist halt nun mal so. Ich muss ja schließlich auch irgendwie sehen, wie ich hier wegkomme. Ich muss nur ans den Bereich hier vor. Ja, es ist gerade, dass wir einen Parkausgang nicht finden. So ist das halt, wenn man zu geizig ist, sich hier so eine tolle Parkkarte zu kaufen. Im Heidepark gab es ja früher auch immer diese... ...dann zum Ende, zu den Schließzeiten, konnte man sich am Ausgang immer so ein Heidepark-Magazin kostenlos mitnehmen. Weiß das jemand von meinen Zuschauern, ob es das heute noch gibt? Also, das war wie so eine Zeitung auf Papier gedruckt. Ob das irgendwie heute noch oder... Ich meine, normalerweise ein Parkplan muss man ja eigentlich, glaube ich, schon immer extra bezahlen. Aber dieses Dings da, das war kostenlos. Und ja, vielleicht weiß das jemand, ob es das noch gibt oder ob das irgendwie abgeschafft wurde mit den neuen Besitzern. Da stehen ja eigentlich 5000 Mülleimer neben den Fressbuden. Ich meine, klar, Sinn macht das schon, weil da nun mal sehr viel Müll anfällt. Das ist aber kein RCT-Problem, manchmal so, wie wenn man früher zum Beispiel im Heidepark war. Da stand man dann so zum Ende, bevor der dann geschlossen wurde, also an dem Tag dann jeweils. Da hat man sich ja auch mal gefragt, wo geht denn das jetzt hier zum Ausgang, bis man es dann gefunden hat. Das war auch mal so Sachen. Oder wo geht es zu einer bestimmten Attraktion? Ich kann mich noch erinnern, dass wir immer früher diese Monstra-Piste, die es ja leider auch nicht mehr gibt, dass wir die immer gesucht haben. Und die waren dann so schräg gegenüber von dieser Seerobben-Delfin-Was-auch-Immer-Show gewesen. Und jetzt haben sie leider abgerissen, genauso wie die... Genauso wie die... Untergrund... Wildwasserbahn. Die war cool, vor allem auch die Warteschlange. Also der Bereich, wo man gewartet hat, unterirdisch, mit diesen animierten Figuren dann dort, ach herrlich. Und das reißt man... Das reißt man ab. Ich verstehe das einfach nicht. Ich würde sogar fast schon sagen, das war die Attraktion des Parks überhaupt. Und das wird immer mal abgerissen. Und wenn man jetzt so... Äh... Ich glaube, ich wiederhole mich jetzt zum 5000. Na ja, was ich so über den Heidepark erzähle. Na ja, das ändert ja nichts. Und stattdessen kommt da so ein... Kommt da so ein Peppa Pig-Land hin. Also jetzt nicht an die Stelle von der Wildwasserbahn. Da wäre, glaube ich, der ist jetzt, glaube ich, diese komische hier senkrecht Achterbahn, wie hier. Und wie heißt die Kraken oder sowas? Hingekommen, mal ganz ehrlich, ein Peppa Pig-Land. Geht's noch? Ich meine, in dem Six Flags... In Vallejo. Nördlich von San Francisco. Da gab's Thomas die kleine Lokomotiv und seine Freunde-Bereiche. Das verstehe ich ja, ne? Aber Peppa Pig? Komm, bleib mir doch weg damit. So, ich würde mal sagen, wir haben jetzt immer mal genug Bänke hier platziert. Da haben wir eine kleine Speicheraktion hier. Zack. So, die Blumen hier, das Blumenbeet, haben natürlich jetzt den Nachteil, dass die ja nie gedingst werden. Daher reißen wir mal. Also, Rebe-Kampagne wieder beendet. Wir legen direkt nach. Besucherzahl will nicht so richtig, ne? Aber immerhin jetzt, Parkwertung passt auf maximal. Also, wie auch immer das jetzt hier funktioniert hat. Feier-Eintritt auf. Irgendwas Sinnloses hier. Adventureland Slide. So, die Leute haben sich auch noch nicht beschwert, dass es zu wenig Fressbuden gäbe, oder? Also, ich möchte was trinken. Na gut, hier gibt es doch schon ein paar Leute, die sich beschweren. Jetzt haben wir ein Looping. Wie gucken Sie hier, Achterbahn? Oh, Stallbrüst, Achterbahn. Ich glaube, da brauchen wir erstmal einen Shuttle-Loop, oder? Aber jetzt geht es dann wieder in den Regen. Da hoffe ich mal, dass die Leute wieder schön unsere preiswerten Regenschirme käuflich erwärmen. Ein Shuttle-Loop. Hier ist doch irgendwo ziemlich viel Platz frei geworden durch den Umbau. Wo war denn das jetzt? Hier. Und hier würde ich noch gerne reinstellen. So, Shuttle-Loop, das ist eine Attraktion, die wir wieder hier ordentlich die Prügel rausschmeißen. Passt hier irgendwie hin. So, wir wollen noch mehr Eintritt bezahlen. 60 Mark ist dem immer noch zu günstig. Achso, das ist wegen der Warteschlange blöd, wenn das da steht. Das ist wegen der Warteschlange blöd, wenn der Warteschlange blöd ist.